sie mich über jetzt habe ich einen kompletten rcw-laser geht das nicht mit kaputten jetzt habe ich noch vier angeschlagenen aber die Minigun, die musst du... die funktioniert, ne? ja, die ist voll ja oh, du wirst die Dicke Dicke von der Haube, ne? dann kriegt ihr jetzt hier rcw-laser wieder den anderen auf und ihren Minigun die Dicke sonstiges hier weg ja hier weg hier eine laser okay ich weiß du kannst mich hören, also aufgepasst Glückwunsch Bürger von Volt okay ich weiß du kannst mich hören, also auf werden wir das wirklich tun? es ist offen das hättest du vielleicht mal abhören sollen als es wichtig war ja Dicke Power System es ist halt mir toll ja das ist halt mir toll ja das ist doch so ein laden wo man Brote kaufen kann so Baguettes und belegte Brötchen und so und da hat man damals damals wo noch nicht alles teuer war Kaffee für einen Euro bekommen jetzt muss man ein Euro und zehn bezahlen wenn sich das diese Folge jemand in 100 Jahren anguckt dann kostet der Kaffee wahrscheinlich schon 30 Euro oder er ist super günstig geworden und kostet jetzt nur noch 10 Cent weiß ich nicht oder man verschenkt jetzt also sie sagt sie braucht drei von diesen scheiß Dingern ja Musst du da nicht irgendwas mit bauen? oder baut die dann selber was? Kann auch sein, dass wir nochmal zu dem Ding äh gehen müssen Does it involve the use of a safe word? Your favorite subject I respect your brains Ja Die hätte ja doch diese Baupläne gegeben ne? Solltest du die nicht einfach bauen? You ask K I am hm Scheiße ich weiß es nicht Jetzt werde gib ich es ihr alle alle guten Sachen und dann ist alles gut oder aber ich muss hier wirklich das etwas bauen ich meine sie hat jedoch zwei baupläne gegeben eins hast du schon gebaut das hast du ja schon gegeben und dann musstest du noch ein anderes bauen ich gucke noch mal aber das andere hattest du noch nicht gebaut weil du dafür noch was braucht ich mache jetzt mal feuer gegen den gürtel ich habe nichts mit kernspäutelsbatterie ich habe nichts mit kernspäutelsbatterie kibernetic armorplating module habe ich hier gebaut kibernetic fusion battery habe ich hier nicht gebaut weil mich danach gefragt hat ja guck mal ob sie sowas schon hat ich meine sowas hat die irgendwas hat die auch schon gehabt hat die drin ich glaube wir müssen mal die folgen angucken folgen sie noch nicht mal geändert glaube ich ja ich glaube aber wir müssen dann dahin gehen wo sie ihr vorher meinte ja hey ich brauche das und das und das damit ich einen weapon upgrade machen kann ja weil sie am terminal was gesagt hat aber die hat dann nur was gesagt ich brauche das was für mich das machen kann ja weißt du noch wo das war äh ich glaube in der selbstmacht world wo man unten reingegangen ist als opfer welche world das ist weiß ich nicht ich habe nichts mehr zu tun möchten sie vorräte kaufen ja nämlich möchte verkaufen meine splittergranaten die das alle haben meine splittermieten darf es auch alle haben ja ich freue dich mutterreithelm stehe ich auch nicht wirklich das war es eigentlich ne danke dann gehen wir mal ich bin aus find the f18 and clear the area to recovery Volt 11 waren wir, glaube ich, der erst, oder? Nein, ich weiß es nicht. Hm, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, jetzt müssen wir ja gucken. Ja. Du, wen gehen wir jetzt? Ich guck mal, was für Dinge ich noch habe hier. Ja. Fangen wir doch mal von unten an. Wie bin ich doch? Franky's Quest. Bertha müssen wir holen. Und Bertha ist da. Bertha ist da. Oh, was ist Bertha? Weil Quest sind Quest, ne? Build mess with... Oh nein! Enemies! Das sind keine Enemies. Was ist denn Bertha? Bertha muss da oben sein. Was ist denn Bertha? Ja, ein Monster. Ein Monster? Ja. In der Schwiegingslafen. Was? Sollst du das töten und dann da hinbringen, oder ist das ein Liebesmonster? Das ist ein böses Monster. Ah, okay. Ja, klar. Klettert auf steile Wände hoch. Okay. Da ist so ein Geweg, der da hochgeht. Ich dachte, wie könnte das tun? Das klingt aber wie so ein Hund, der geschlagen wird. Oh. Ist das das Monster? Nein. Time to kick some ass! Okay, das ist doch cool. Ich dachte, wer so hier schon beherrt, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich muss ja eigentlich nur die Monster anlocken. Und dann die beiden anderen haben ja hier die effektiven Waffen, ne? Mhm. Gucken wir mal, was Berta ist, ne? Mhm. Aber ich weiß, dass es ein fieses Monster ist. Ich hab Angst. Ja, das ist ja so. Ja. Mhm. Ja. 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 NCR Bunker. Shit. Okay. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Warst du denn noch nie? Nee. Ich tust an. Also machen wir es wieder aus. Tut mir leid dafür, ihr werdet nicht viel sehen, glaube ich. Das sind Skorpione, falls es du halt erst nicht fehlt. Nein, das ist ein kleiner. Ja, ich hab ne leere Waffe. Oh nein. Sehr fürsorglich, dass du vorwennst. Was gibt's denn da Schönes? Manchmal wünsche ich mir so ne Taste, wo man einfach drauf drückt und dann sieht, was alles anwählbar ist. Ja. Oh, eine Waffe. Cherry Bobs. Nachladenbank. Da kann ich mir nichts bauen. Aber ich nehme die Bolt Spazierdinger. Oh nein. Oh nein. Es ist kaputt. Ja, aber jetzt weiß ich, wo es lang geht. Ah, so ähnlich. Frag mich immer noch, wie du das machst. Man muss einfach testen. Ja, ich meine mal, ist egal. Ich will es am besten hier rausfinden. Ach, das ist voll einfach. Ja, aber wenn ich es verstehe, dann wundere ich dich nicht mehr dafür. Ach so. Hallo. Hier bleibe. Ja, mach dir einfach mal so die Tür auf. Mädels. Lass sie doch. Wir haben noch so viel Spaß. Ja, ich merke es. Und dann schlafen sie heute Abend wenigstens. Ach. Ja. Ja. Für ein Miniscopio. Lass mir nur voll aus Wasser wegdoxen. Ist aber auch fies, dass er sich unter den Dingern versteckt. Unter den Leichen. Was ist das? Insta-Curry. Uh, wecker! Aufbereitetes Wasser. Und die Truhe sagt... Vodka! Ja, brauche ich nicht. Vodka! Ja, brauche ich nicht. Vodka! Vodka! Ja, brauche ich nicht. Oha! Oha! Wie gesagt, das ist Millimeterarbeit. Ja, ja. Jetzt aber! Du musst es einfach nur stillhalten. Kann sein. Ist leer. Ja, stimmt. Dann kann man schlafen. Nimm ich bitte. Ist okay. Gute Chips. Wir schmeißen eine volle Schachtel Zigaretten da rein. Genau. Du brauchst einen Weg damit. Enrage! Lass schneller, mein Freund! Das zieht aber schon ziemlich da unten, ne? Ja! Ja! Wie steht der da so? Lalalalalala. Die Dronen sind echt voll chillig, ne? Ah. Ich glaube, da liegen irgendwo Drogen wo. Hahaha. Die haben die bestimmt gefressen. Hahaha. Ich weiß nicht, ob das programmiert ist. so wie der polizist der mit dem bus zum einsatzort nein das hat sich gestoppt was soll das denn heißen warum sagt sie das was hat das so bedeuten das bedeutet dass sie irgendwie aus irgendeinem grund auf fernkampf geht was braucht ich 5,56er so ein kirchenbeinahrtslied solltest du nicht singen sonst fangen die leute an zu dampfen dampfende leute da ist ein computer terminal was du bestimmt benutzt hast oh nein enemy beine ich verstehe mal enemies lag ich glaube das sagt er wirklich nicht oh der läuft da rum ja in die 15 auf er hat nur 8 nein das sind bestimmt 15 oh er ist kaputt boah er hat ja richtig viel er ist ein super trooper lalalalalala du da sitzt ey wie so ein Verbrecherboss so voll mit dem Schild nach hinten und dann so ha 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 wird nur noch die weiße Katze auf deinen Schoß au 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 au